Meine Damen und Herren, seit einigen Monaten taucht immer wieder ein Name in den Medien auf, der Name von Gustl Mollert. Wer ist Gustl Mollert? Gustl Mollert sitzt seit sieben Jahren hier in Bayern gegen seinen Willen in geschlossenen psychiatrischen Abteilungen. Das heißt, er wäre paranoid und allgemein gefährlich. Und da fragt man sich natürlich, hoppla, schwere Sache, was ist da passiert? Weil kaum einer noch den Überblick hat, verschaffe ich Ihnen jetzt mal kurz die Übersicht. Gustl Mollert war einmal der Ehemann von seiner Frau Petra Mollert. Und Petra Mollert, die war einmal tätig für die Hypovereinsbank in Nürnberg und hat dort vermöchenden Kunden geholfen, ihr Geld in die Schweiz zu schaffen. Das hat dem Mollert nicht gefallen und er hat mit seiner Frau gestritten und dann hat er auch noch protestiert bei der Hypovereinsbank in Nürnberg gegen diese Geschäftli. Dann hat die Hypovereinsbank die Vorwürfe geprüft und hat einen Geheimbericht erstellt und festgestellt, dass an den Vorwürfen allerhand dran ist und dass es da auch Geldwäsche gibt und dass bedeutende Persönlichkeiten verwickelt sind und dass der Mollert viel weiß und gefährlich werden könnte. Diesen Geheimbericht hat aber die Hypovereinsbank dann natürlich verschwinden lassen. Die sind ja nicht blöd, deswegen hängen wir das wieder dahinter. Jetzt gab es da richtig Streit zwischen denen. Das war eine extrem lebhafte Ehe, die haben sich gezofft, niemand weiß, was wirklich passiert ist. Aber die Frau hat dann den Mann eines Tages angezeigt, er hätte sie geschlagen und gewürgt und er hätte Autoreifen zerstochen. Und dann ist die Ehefrau, die Frau Mollert, zu einer sogenannten Fachärztin in Erlangen und hat gesagt, mein Mann spinnt. Und dann hat die sogenannte Fachärztin gesagt, ja wenn Sie meinen, dass Ihr Mann spinnt, dann schreibe ich doch einfach mal eine Zettele, dass Ihr Mann spinnt. Und dieses Zettele landete dann eines Tages am Nürnberger Amtsgericht. Und am Nürnberger Amtsgericht ist dann erst mal jahrelang gar nichts passiert. Warum ist nichts passiert? Der Amtsrichter hat es neulich erklärt, es steht ihm leid, es hätten so viele Leute, wären krank gewesen. Und außerdem, kein Witz, es hätte jemand gefehlt, der Schreibmaschine schreiben kann. Köstlich, gell? Dann wurde aber immerhin ein Gutachter beauftragt, dass er den Mollert untersuchen soll. Und von dem wollte sich der Mollert aber nicht untersuchen lassen. Und hat aber nichts gemacht, weil dieser Arzt Thomas Lippert, der kannte ja die Aktenlage vom Amtsgericht und er kannte das Zettele von der sogenannten Fachärztin, hat dann ein neues Zettele geschrieben, dass der Mollert wohl schon spinnt. Dann wurde ein neuer Gutachter beauftragt, Dr. Klaus Leipziger in Bayreuth. Und von dem wollte sich der Mollert auch nicht untersuchen lassen, hat aber nichts gemacht, weil der Leipziger kannte ja die Aktenlage und er kannte das Zettele vom Lippert und das Zettele von der sogenannten Fachärztin, hat dann selber ganz viele neue Zettele geschrieben, dass der Mollert wohl schon spinnt, weil er dauernd mit den Geldwäschegschäften von der Frau und der Bank daherkommt. Und dass er nicht einsieht, dass er spinnt, obwohl da ja was dran war. Aber das wusste ja keiner, weil der Bericht hing ja damals hinter der Tafel. Dann landete der ganze Fall am Nürnberger Landgericht bei Richter Otto Brixner. Und der Brixner war total genervt von dem Mollert, dass er dauernd daherkommt mit den Geldschäften von der Frau und der Bank, obwohl da ja was dran war. Und er hat sich recht aufgeführt und den Mollert immer angebrüht und er soll das Maul halten. Und der Mollert wollte aber was sagen und dürfte nicht sagen. Und dann hat er auch ganz viel aufgeschrieben gehabt zu seiner Verteidigung. Der schreibt gern über 100 Seiten Verteidigungsschrift. Und diese 100 Seiten hat aber der Richter Brixner gar nicht gelesen. Warum hat er sie nicht gelesen? Er hat es neulich erklärt, ja, er hätte keine Zeit gehabt. Ist das nicht traurig, die bayerische Justiz? Entweder es fehlt jemand, der Schreibmaschine schreiben kann oder es fehlt die Zeit zum Lesen. Ja, der Brixner hat dann den Mollert freigesprochen von den Vorwürfen, dass er die Frau geschlagen hat. Aber nicht, weil irgendwas bewiesen war, sondern wegen Schuldunfähigkeit. Und wer schuldunfähig ist, muss in die Klapse. Richter Brixner war übrigens mal im Hobby Handballtrainer in Nürnberg und hat diesen Herrn hier trainiert, Martin M. Wer ist Martin M.? Martin M. war auch mal Banker. Und was ist er heute? Na, was glauben Sie? Der heutige Ehemann von Petra Mollert. Ich sag das nur der Vollständigkeit halber. Das muss wirklich nichts bedeuten, gell? Dann wurde ein neuer Gutachter beauftragt, irgendwann Dr. Hans Simmerl. Und von dem hat sich der Mollert untersuchen lassen. Und der Simmerl fand, dass der Mollert eigentlich ganz normal ist und dass er keinen Vormund braucht und auch nicht paranoid ist. Vielleicht, ich sag's mal in meinen Worten, vielleicht eine etwas schwierige Persönlichkeit. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn wir jetzt alle schwierigen Persönlichkeiten wegsperren, werden viele Parkplätze frei in der Innenstadt und die FDP kann man auch auflösen. Also, die Zettele vom Simmerl haben aber niemanden so richtig interessiert. Und dann wurde ein neuer Gutachter beauftragt, der Kriminalpsychiater Hans Ludwig Gröber aus Berlin. Und von dem wollte sich der Mollert aber nicht untersuchen lassen. Macht aber nichts, weil der Röber kannte richtig, er kannte die Aktenlage von Brixner, er kannte das Zettele vom Leipziger und er kannte das Zettele vom Lippert und er kannte das Zettele von der sogenannten Fachärztin und das Zettele von dem Amtsgericht. Und ja, und dann hat er ein Ferngutachten erstellt vom Schreibtisch aus in Berlin und hat gesagt, dass der Mollert wahrscheinlich schon spinnt, weil er dauernd mit den Geschäften, aber das wusste ja keiner, ja? Und dann wurde irgendwann mal wieder ein neuer Gutachter beauftragt, Dr. Friedemann Pfefflin. Und von dem hat sich der Mollert untersuchen lassen und der Pfefflin fand, dass der Mollert eigentlich ganz entspannt ist. Aber am Ende seines Gutachtens war er dann doch irgendwie der Meinung, dass der Mollert bleiben soll, wo er ist. Warum? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich wegen der Aktenlage. Man muss aber auch dazu sagen, der Pfefflin kennt den Gröber ganz gut und der Gröber den Pfefflin, weil die haben zusammen ein Buch geschrieben. Ich sag das nur der Vollständigkeit halber, das muss wirklich nichts bedeuten. Dann wurde ein neuer Gutachter hin gut zugezogen, Dr. Clemens Dickhöfer. Und der hat sich weder mit Mollert noch mit der Aktenlage befasst, sondern nur mit dem Gutachten von dem Leipziger. Wir erinnern uns, das war die Zettel von denen. Und der Dickhöfer hat das Gutachten von dem Leipziger verrissen und hat gesagt, das ist unwissenschaftlicher Fusch. Und das Gutachten über das Gutachten hat dann der Dickhöfer geschickt an die bayerische Justizministerin Beate Merck und hat gesagt, sie soll da mal ein wenig nachdenken. Und ich weiß nicht, ob sie es gelesen hat. Und wenn sie es gelesen hat, ich weiß nicht, warum soll sie es auch lesen? Sie kannte ja die Aktenlage. So, und jetzt wird der ganze Fall neu aufgerollt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Akten angefordert. Ich sag das jetzt nur der Vollständigkeit halber. Das muss wirklich nichts bedeuten. Und seit letztem Jahr wissen wir auch, was drinsteht in diesem Geheimbericht. Und dass da sehr wohl was dran war. Und dass es diese Geschäfte gegeben hat. Und jetzt wurden ja auch schon Ermittlungen angestellt. Aber viele der Straftaten sind offenbar verjährt. Da werden einige hochgestellte Persönlichkeiten gerade schwer aufatmen. Ich sag das nur der Vollständigkeit halber. Das muss jetzt wirklich nichts bedeuten. Trotzdem sagt die bayerische Justizministerin Beate Merck, hier wurden keine groben Fehler gemacht. Und da könnte man ja schon mal die Frage stellen, was die Dame unter grob versteht. Und ob so eine Meinung nicht etwas voreilig ist. Und ob sie hier im Wahljahr nicht eiskalt lügt. Und dann könnten sie sagen, langsam, Bätsig, du hast nicht mit ihr gesprochen. Ja, das stimmt. Aber ich finde, es macht nichts, weil ich kenne die Aktenlache. Danke. 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 Vielen Dank.